Vielen Dank. Ihre Freude wird nicht von langer Dauer sein, meine Damen und Herren. Haben Sie das gesehen? 16 Millionen E-Mail-Konten gehackt. 16 Millionen Leute sind betroffen, also alle Ossis im Prinzip. In Wirklichkeit sind es nur 1,6 Millionen, die Zahlen sind vom ADAC. Ja, so sieht es aus. Ja, wenn Sie wissen wollen, ob Sie betroffen sind, Sie und Ihr E-Mail-Konto, dann müssen Sie aber Folgendes machen, Sie geben Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und Ihre Kreditkartennummer auf Facebook ein. Dann sind Sie auf jeden Fall betroffen.